Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in der Feuerwache von Rescue2013. Der Zaunfall hier mit Let's Play Folge Nummer 8. Wenn mich nicht alles täuscht, ich denke aber schon. So, wir haben hier gerade eine Beförderung bekommen. Wo bist denn du? Du bist im Schulungsraum. Und hast auch die maximale Fähigkeit erreicht. Dann wechsel doch mal in den Fitnessraum. Ein guter Mann. Und mach dich da nochmal ein bisschen fitter. Das klingt nach einer guten Idee. So, und jetzt muss ich aber nochmal schauen hier. Ob denn ich nicht noch irgendwen anders trainieren kann. Aber ich glaube die Leute, die ich hier auf Bereitschaft gestellt habe, sind alle maximal trainiert. Ja, der hat auch drei Streifen. Ja, gut. Wenn das so ist, dann... Dann, dann, dann. Wartung sind wir auch super. Ah, neun von zehn Autos. Was könnten wir uns denn als zehnten noch leisten? Äh, Geländelöschfahrzeug. Nö, ist eigentlich Unsinn. Dann haben wir ja den Wassertank für den schönen WTF. Ich finde diese Abkürzung immer noch super. Ähm, ja. Boah, und ansonsten haben wir eigentlich alle Autos Schlauchwagen. Nö, naja, Blödsinn. Vor allen Dingen, weil er keinen Tank hat. Ähm, würde dann zwar zwei Schläuche und zwei Verteiler mitbringen. Aber, pff, nö. Wozu? Rettungswagen haben wir auch drei Stück. Ist eigentlich alles super. Personalmäßig sind wir auch gut ausgestattet. Sind auf jeden Fall alle Autos besetzt. Dann würde ich da sagen, machen wir mal die Alarmbereitschaft an. Dann gibt's noch ein bisschen Geld. Auch nicht schlecht. Und dann schauen wir doch mal, was hier noch, äh, nettes passiert. So, im Spiel. Er kennt einen, äh, Mechaniker. Ja, dadurch, dass er Moral verlieren würde, ist das nicht gut. Also, bezahlen wir die, äh, 200 Öcken. Ist ja nur auch kein Geld. Und, davon haben wir genug, Grillunfall. Durch verantwortungsloses Grillen im Freien wurde ein Feuer im Garten eines Hauses verursacht. Das Feuer hat schnell auf umliegende Gegenstände übergegriffen und es besteht Gefahr, dass es sich weiter in Richtung des Hauses ausbreitet. Hier, das ist natürlich nicht gut. So, dann schicken wir mal ein Löschfahrzeug, einen Wassertank, ein TLF, ein SLF und... Ich denke, das sollte reichen. So. Wo müssen wir denn hin? Da. Okay. Ne, das ist einfach. Mal gucken, ob die hier... ...rumkommen. Eier mal da hinten in den Garten rein, wenn du kannst. Jawohl. So. Ich denke, da brauchen wir auch gar nicht erst hier... ...Leute auspacken. Das haben die beiden... ...Löschfahrzeuge hier super im Griff. So, tadaa. Und das war's schon. Tadaa. Ja. So. Das war fast schon zu einfach. So. Ja. Äh. In der Wache ist alles paletti. Also, wieder auf Alarm gehen. Hm, hm, hm. Ja, du arbeitest doch schon längst in der Kantine, Mann. Das geht mir um Keks. Und der nächste Alarm. Absturz eines Kampfjets. Oha, das ist eine große Sache. Offenbar ist ein Düsenjäger der Luftwaffe in der Nähe des Dorfes abgestürzt und in einem Feuerball zerborsten. Der Unglücksort liegt in dicht bewaldetem Gebiet. Umliegende Bäume haben möglicherweise Feuer gefangen. Das wird ein groß angelegter Einsatz. Schicken Sie daher zahlreiche Löschtrupps. Versuchen Sie außerdem, die Piloten zu retten. Wir versuchen gerade, das Signal Ihrer Notfunkwagen zu orten. Okay. Löschfahrzeug. Einmal. Löschfahrzeug zweimal. Wassertank. Tanklöschfahrzeug. Rettungswagen. Die Piloten. Also möglicherweise zwei. Und wir können auch noch den Schaumlöscher mitnehmen. Ja. Ich denke... Ich denke, ich denke, ich denke... Ja, das sollte passen. So. Okay, da haben wir Feuer. Wassertank. Wassertank geht auch mal da hin. So. Du fängst an zu löschen. Du gehst mal da oben hin. So. Verteiler. Angeschlossen. Du nimmst dir einen Schlauch. Du nimmst dir auch einen Schlauch. So. Boah, wie kann ich denn jetzt den zweiten Mann da auswählen? Anwenden. So. Piloten retten. Da haben wir einen. Dann schicken wir den Krankenwagen mal da hoch. Und da haben wir noch einen. So. Okay. Tank leer. Tank leer ist nicht gut. Lagt mal da hinten hin. Ja. Ja. So. Roger. Du gehst den mal untersuchen. Du holst dir ein Köfferchen. Und hier machen wir dasselbe. Köfferchen. Untersuchen. Ja. Roger. Du gehst eine Trage holen. Ja. Und hier machen wir das auch. Ja. Roger. So. Feuer gelöscht. Sehr schön. So. Haben wir den behandelt. Den haben wir behandelt. Sehr gut. Köfferchen wegbringen. Der ist auch behandelt. Köfferchen wegbringen. So. Mit zur Trage. Nochmal das Ganze versuchen. So. Ab ins Auto. Und hier auch. Ab ins Krankenhaus. Und du auch. Ups. Na. Na. Egal. Ich wollte eigentlich hier Martinshorn anmachen. Und. Der bleibt wieder mal stehen. Immer noch nicht. Dann fahren wir mal ein Stück zurück. Ab ins Krankenhaus. So. Und das war's. Jawohl. Ein Untersuchungskommission der Luftwaffe hat die beiden überlebenden Piloten befragt. Offenbar gab es einen plötzlichen Abfall des Treibstoffdrucks und kurz darauf rach Feuer im Rumpf des Jet aus. Es wird vermutet, dass der Treibstofftank mitten im Flug einen Riss bekommen hat. Die Piloten sind auf dem Weg der Besserung, erlitten jedoch Rückenschmerzen und leichte Kopfverletzungen aufgrund des Ausstiegs mit dem Schleudersitz. Derartige Einsätze kommen selten vor und die Luftwaffe möchte ihrem Team ihre Wertschätzung für die gute Diensterfüllung ausrichten. Jo. Besten Dank. Das war doch mal nett. Und geringfügig komplizierter als sonst. So. Wir kriegen wieder ein bisschen Geld. Sehr schön. Das Niveau der Wartung in unserer Wache ist wirklich gut. Kriegt ein Moral. Sehr schön. Die Arbeit ist so erfüllend. Ich liebe meinen Job. Yay. Und er ist motiviert. Äh. Jo. Mach mal. Und irgendwer ist befördert. J stark. Auf Maximum. Dann, äh. Weiß ich auch nicht. Geh auf Bereitschaft. Jo. Warum denn nicht? Einen Nachwuchsmechaniker. Wenn wir nicht schon genügend davon hätten. Mal gucken. Gibt es vielleicht einen Koch zufälligerweise im Angebot? Ja. Da haben wir einen. Schadenfreude ist natürlich nicht cool. Fleißig. Nehmen wir den. Zusätzlicher Koch ist, äh, super. Zusätzlicher Koch ist, äh, super. Und einen Rettung. Und einen Rettungstrupp losschicken. Joa. Machen wir. Tankflöschfahrzeug. Alt. Mit. Mit Besatzung, bitte. Zack. Alt. Nochmal. Ähm. Ähm. Wir nehmen natürlich einen, der, der gut ist. Hier, der Michael. Der war gut. Rettungswagen. Eins. Zwo. Äh. Wer? Wo sind denn meine anderen? Ah, da. Drei. Äh. Ausrüstungswagen braucht man natürlich auch. Gernot. Und. Fernando. Und. Reicht das? Ja. Ja. So viel, so viel Feuer wird doch schon nicht sein. Hoffe ich jetzt mal. So. Dann rückt mal nach hier unten. Rausgeklettert. Arztkoffer schnappen. Ausgestiegen. Arztkoffer geht mal nach da unten. Du gehst Auto untersuchen. So. Mal sehen. Du steigst noch aus. Geh mal die untersuchen. Du guckst dir den an. Du guckst dir den an. Näh, es ist äh. Okay, machen wir es anders. Der kriegt die Rettungsausrüstung. Okay. So. So. Du gehst jetzt mal hier hin. Okay. Da ist nichts gefunden. Du gehst den untersuchen. Geh weg. Du gehst den untersuchen. So. Hier geht die rausholen. Du gehst dir eine Trage holen. Der ist aufgeschnitten. Gehst den rausholen. Du gehst den behandeln. Du gehst den behandeln. Wo ist der Mann mit der Trage? Er geht den holen. So. Näh. Macht er jetzt was? Nein. Jetzt. Oh Mann. So. Feuerwehrmann. Weiß ich nicht. Geh mal weg. Du gehst den behandeln. Du gehst zu dem Mann mit der Trage. Du kommst nochmal zwei Meter näher gefahren. Du nimmst dir einen Arztkoffer. Und bringst mal zu dem da. Du nimmst dir eine Trage. Tragen wir den weg. Der liegt am nächsten dran. So mit dem Koffer. Gehst mal den behandeln. Der bessert sich anscheinend nicht. Dann sollte ich doch lieber den wegschaffen. Hallo. Bist du jetzt dahin? Sehr gut. So. Da haben wir einen drin. Dann geh mal weg. Du gehst den behandeln. Dann geh halt den behandeln. Legen wir den mal woanders hin. Du gehst eine Trage holen. Hallo. Warum packt ihr den denn jetzt nicht rein? Was soll denn das? Geht nochmal zwei Meter. Vielleicht funktioniert es dann. Nein. Dann werf den halt da rein. Du gehst dir eine Trage holen. Und wir schaffen den weg. Und wir schaffen den weg. Geht auch nicht. Was? Du gehst dir eine Trage holen und gehst den wegbringen. Vielleicht geht es ja jetzt hier endlich. Jawohl. Du wendst mal dahin. Du wendst mal dahin. Und wir versuchen die mal noch irgendwie zu behandeln. Der Mann mit der Trage ist auch wieder irgendwo festgepackt. Oh Mann. Geh mal einsteigen. Wenigstens einen, der nicht mehr im Weg rum ist. Ja. So. Versuch den halt mal da rein zu packen. Du bringst dein Köfferchen weg. Ups. Einsteigen. Ja gut. Meinetwegen auch das. Ja. 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 Kein Platz. Was aber falsch ist. Ach ne, doch. Es sind schon zwei drin tatsächlich. Ich pack den halt mal da rein. Ah. Ich glaube ich habe eine Vermutung, weshalb das mit den anderen hier nicht ging. Weil ich da nicht die Trage rausgeholt habe. Und im Gegensatz zu hier, wo ich sie jetzt rausgeholt habe. Und deshalb gerade keine mehr zur Verfügung habe. Na gut. Dann gehen wir zur Seite. Du umhandelst den nochmal. Vielleicht bringt es was. Vielleicht auch nicht. Wer weiß. Los. Ins Auto mit dem. Versuch es mal da. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Da hat es geklappt. Sehr schön. Dann los. Weg mit dem. So. Pack ihn mal auf die Trage. Du gehst zwei Schritte zur Seite. Ach. Da ist auch noch einer drin. Okay. Dann kann das natürlich nicht klappen. Ja, 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 ja. So. Rein mit dem. Und ab nach Hause. So. Und ich hoffe, das war es jetzt. In dem. Hm. Du freien sie die Verletzten. Hat noch keinen Haken. Aber, ja, das war es. Der Busfahrer ist eingeschlafen. Na toll. Schlechter Busfahrer. So. Den hatte ich in den Schulungsraum geschickt. Richtig? Richtig. Sehr gut. Dann geh auch mal dahin. Und wir setzen uns wieder auf Alarm. Ähm. Ja. Horst wird erschöpft. Ist das Horst? Nee, der ist motiviert. Wo ist denn Horst? Da ist Horst. Horst ist erschöpft. Dann geh mal auf Bereitschaft. So. Ähm. Wie sieht es denn aus? An der Leitstelle. Einheit Limit um vier erhöht. Okay. Feuer in Ölraffinerie. Uns wurde ein Feuer in einer Ölraffinerie gemeldet. Ein paar Verbindungsrohre sollen in Flammen stehen. Da wir es hier mit Öl zu tun haben, ist das Brandrisiko natürlich besonders hoch. Das klingt nicht gut. So. Schicken wir mal die ganze Mannschaft raus. Äh. Auch wenn ich wahrscheinlich nur wieder die Hälfte der Leute benutzen kann. Aber egal. So. Brauchen wir noch was? Rettungswagen? Nö. Anscheinend nicht. Ah. Ich schicke trotzdem mal einen mit. Im Zweifelsfall packe ich ihn irgendwo an die Seite. So. Geh mal. Geh mal da weg. Und wir sind wieder hier am Hafen. Nicht in eine Ölraffinerie. Okay. So. Löschfahrzeug. Wassertank. Komma zwei Meter vor. Kann ich hier direkt auch beide andere schicken. Dann packen wir den Wassertank mal hier hin. Wobei... Das sieht schon fast so aus, als würde ich das auch ohne schaffen. Ja. Schaumlöschtfahrzeug. Macht das schon. So. Fertig. Das war einfach. Das war einfach. Das war einfach. Tja. Ich vermisse irgendwie die... Die etwas komplexeren Einsätze aus Emergency. Irgendwie... Brand in einem Chemiewerk. Wo man dann... Leute dekontaminieren muss. Und... Feuer machen... Äh... Feuer löschen. Und... Keine Ahnung. Äh... Horst und Kurt mögen sich nicht. Na gut. Äh... 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 Und Ingo Luther ist erschöpft. Dann gehst du auch mal auf Bereitschaft. Und ich gucke mal... Ob wir jetzt nicht noch einen Ersatz haben für die... Dumm dumm dumm... Für die Zentrale. Hm... Unmotiviert. Ja. Egal. Er ist im Fitnessraum. Da kann er auch unmotiviert sein. Tatsächlich. Keiner über für die Zentrale. Äh... Na gut. Ist das halt so. Entgleister Zug. Ein Personenzug ist im Wald nahe der Stadtgrenze entgleist. Die Stromleitungen der Strecke wurden schon abgestellt. Rücken Sie mit mehreren Bergungs- und Rettungseinheiten vor, da es zahlreiche Verletzte gegeben hat. Wir halten fortlaufend neue Meldungen über den Unfall. Okay. Gut. Tanklöschfahrzeug. Zack. Schaumlöschfahrzeug. Ne. Nehmen wir Fernando. So. Großrettungswagen. Zack. Rettungswagen. Zack. Rettungswagen. Zack. Vorausrüsterwagen. Zack. Und... Ja... Ich denke, das reicht an Leuten. Rettungswagen. Unit recording. So. Rettungswagen. Fahr mal nach da hinten. Zweiter Rettungswagen auch. Du kommst mal nach hier. Aussteigen. Untersuchen. Arztkörper. Und... Löschfahrzeug. So. Da können wir was untersuchen. Dann untersuch mal. Du untersuchst da. Und das Tanklöschfahrzeug geht mal hier rüber. Ach du Schande. Das sind aber viele. Bist du der mit dem Arztkörper? Nein. Und ich geh mal da hin. So. Äh... Geh mal da hin. Da liegt auch noch einer rum. So. Geh jetzt da hin. Du gehst da hin. Du schnappst dir eine Trage. Du kommst mit hier hin. So. Uiuiui. Ja, der Einsatz ist hier jetzt schon etwas komplexer. Hat mit viel zu tun. So. Du gehst mal da aufschneiden. Feuer. Da ist Feuer. Löschen. So. Arztkörper holen. Arztkörper holen. Du gehst mal da Leute rausholen. Ihr bringt den schon mal weg. So. Haben wir hier einen Verletzten drin? Nein. Er geht Feuer. Und langsam kriege ich hier Schwierigkeiten mit dem Wasser. Okay. nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich, nicht möglich, was? Achso. Weil das war der mit der Schere. Okay. Hier holt mal die anderen beiden raus. Und du versuchst mal hier was zu löschen. Solange ihr noch könnt. Und... So. So. Trage. Gut. Ihr bringt den weg. Ähm. Ja. Okay. Ein bisschen Wasser haben sie noch. Die rausholen. Äh. Versuch mal die zu behandeln. Watertank empty. Das ist eine Nachricht, die ich nicht hören wollte. Was macht man denn jetzt? Ähm. Ah. Genau. Wir können die ja wieder auffüllen lassen. Dann mach das mal. So. Behandeln, behandeln. Und du gehst mit da hin. Und du versuchst mal mit dem Feuerlöscher irgendwas zu machen. Ähm. Versuch mal da hinten. So. So. Das ist der Lila. Lila ist tot. Vermutlich. Ja. Hilfe. Äh. So. Bringt mal irgendeinen weg. Frage. So. Nehmt mal den. Ja. Versuch die mal am Leben zu erhalten. Wo ist der Mann mit dem Feuerlöscher? Ich weiß es nicht. So. Geht mal da rein. Ah. Die Löschfahrzeuge sind wieder da. Das ist gut. Bringt mal den weg. Ja. Ab ins Krankenhaus. So. Dann holen wir mal die aus dem Wagen. Ah. Stress, Stress, Stress. Panik. Ah. So. Geh löscht. Ah. Und da ist der Mann mit dem Feuerlöscher. Okay. So. Trage. Auch ne Trage. Dann geh mal irgendwie nach da hinten. Du holst den da raus. Du gehst den behandeln. Du gehst den behandeln. Wo sind denn meine anderen Menschen? Ist schon einer drin? Ne. Dann weiß ich nicht, warum die gerade gestreikt haben. So. Du gehst zu dem. Wo ist der andere? Und du gehst zu dem. Ihr nehmt den mit. Ja. Units available. Affirmative. So. Du behandelst den nochmal. Nicht möglich. Okay. Dann ist der wahrscheinlich tatsächlich tot. Äh. Ich schlepp den mal irgendwie zwei Meter weiter weg. Ist da einer drin? Nein. Dann pack den mal da rein. Du legst den aus dem Weg. Dann kommen wir hoffentlich an den dran. Du bringst deinen Feuerlöscher weg. Da ist einer drin. Ups. Einsteigen? Nein. Ach. Egal. Weg. Hallo. Einpacken. Jetzt vielleicht. Nein. Ne. Man versucht es mal da. Ja. Ich muss erst die Trage rausholen. Äh. Dann geht's da hin. So. Können wir noch was untersuchen? Ne. Die scheinen alle leer zu sein. Okay. So. Gehst du mit zu der Trage? Nein. Nein. Nicht einsteigen. Du gehst mit zu der Trage. Du schnupfst dir den. Du fährst nach Hause. Du gehst da mit Tragen helfen. Du holst dir eine Trage von da. Ja. Hier. Da einsteigen. Du bringst den Arztkoffer weg. Du bringst den Arztkoffer weg. Ja. 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 Du gehst da mithelfen. Nein. Nicht einsteigen. Aussteigen. Ja. 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 Der ist voll. Sehr gut. Ja. 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 Dann können wir den da hinbringen. Du rennst mit nach da hinten Und ihr kommt auch mal hier rüber Du wirst eingestiegen So, ihr geht weg So, kommst du mal ein Stück vorgefahren Ihr bringt den nach da Und da ist immer noch einer im Vergang drin Ihr holt euch eine Trage Du gehst da eine Trage holen Du gehst da eine Trage holen So Hier geht den da einpacken Hier geht den da einpacken Und dann haben wir es glaube ich Ein paar viele Tote Aber naja Bleibt bei so einem Zugunglück vermutlich leider nicht aus Und das perfekt zu schaffen Ich meine, ich habe ja versucht, die alle zu behandeln Aber es ging ja einfach nicht Was ist eigentlich hier? 0 von 3 Achso, zusätzliche Fahrzeuge oder so Ja, Patienten im kritischen Zustand Gibt eine Strafe Aber mein Gott Ähm, ja Schade, schade Aber manchmal kann man halt einfach nicht alle retten Sofern man, äh Sich nicht anstrengend Und herzlichen Glückwunsch Sie haben Rescue 2013 Helden des Alltags durchgespielt Was, jetzt schon? Sie haben den Profi-Modus freigeschaltet Hier können Sie mit Ihrem derzeitigen Personal anspruchsvollere Einsätze In einer zufällig festgelegten Reihenfolge spielen Okay Trockenlöschfahrzeug Ist ein schweres, spezialisiertes Feuerlöschinstrument Okay Sofortiger Zugriff auf alle Missionen in der Kampagne wurde freigeschaltet Jede Mission kann jetzt im Alarmfenster ausgewählt werden Hm, das konnte ich doch vorher auch schon Seltsam Außerdem gab es da noch 2, 3 Bonus-Einsätze Ähm 15.000 kostet das Ding Joa, nehme ich aber mit Was für einem Streifen Dreh dich mal schneller hier Ah Ah Ich darf selber drehen Weiß Blau Mais Blöd Gelb Mö Blau Blau Joa Was haben die? Die haben Superfeuerlöscher Okay Nehme ich Nehme ich Nehme ich Und mal gucken Haben wir noch einen Koch? Jawoll Noch einen Koch Koch Nehme ich Was bist du? Wichtig Ist gleich einer fertig Okay Gut Nehmen wir auf Alarmbereitschaft Natürlich spenden wir was für die Freiwillige Feuerwehr Joa Hier hast du dein Formular Ähm Otto Himsel Wo arbeitet der? In der Wartung Jo Mach Natürlich Nein ich will nicht das Waschbecken Ich will den Otto Himsel Ich will dem sagen Dass du auf Bereitschaft gehen kannst Um dich mal ein bisschen auszuruhen So Genau Hier haben wir nämlich die exklusive Zusatzmission Eine Gasexplosion Eine heftige Gasexplosion In einem Wohnblock gemeldet Der Brand hat sich schon über eine gesamte Etage des Gebäudes ausgebreitet In diesem befinden sich noch mehrere Verletzte Bereiten sie sich darauf vor sie zu evakuieren Das Feuer und ein eingeschränkter Zugang Werden dies zu einem extrem schwierigen Einsatz machen Schicken sie alle möglichen Einheiten an den Einsatzort Löschläuche stehen im zweiten Stock zur Verfügung Okay Also nehmen wir ein Löschfahrzeug Ausnahmsweise mal voll besetzt Und ein zweites Löschfahrzeug Ähm Unser Trockenlöschfahrzeug Unser Schaumlöschfahrzeug Auch wenn die mir glaube ich nichts bringen Ähm Den Großrettungswagen Und den anderen Rettungswagen Und ich denke Damit Sind wir gut bedient So Okay Und Wir befinden uns direkt vor dem Einsatz Oh Und Das ist auch schon mal gut Hier rückt mal vor So Ausgestiegen Können wir hier was von der Seite löschen Sieht Ehrlich gesagt nicht danach aus Ne Dann Weiß ich auch nicht So Okay Er rennt jetzt erstmal rein Und holt die Verletzten da raus Dann Du Okay Das ist dann anscheinend nur ein Schlauchanschluss Ja Ich bringe die mal hier zu den Krankenwagen Ja Als ersten Schritt die Leute retten Das klingt nach dem Plan So Okay Geht nicht Dann muss ich da wahrscheinlich erstmal einen mit dem Verteiler hinschicken Machen wir So Dann schicken wir noch jemanden mit Schlauch hinterher So Hier geht mal aus dem Weg Ne Ich hätte die vielleicht nicht alle hier nebeneinander legen sollen Aber egal Ihr Geht die mal untersuchen Wenn ihr könnt So Geht dir den Koffer holen So Geht dir den Koffer holen So Geht dir den Koffer holen So Zack Verteiler Da rein Zack Verteiler Da rein Verteiler Und da rein Geht dir den Koffer holen Geht dir den Koffer holen Geht dir den Koffer holen Moment Ne Warte mal Es bleibt draw Betirm Geht Dann haben wir die noch aussteigen lassen. Der kann sich schon mal den hier nehmen. Und wir packen den da rein. So, zurück nach Hause. So, nimmst du immer noch einen Verteiler mit. Okay, geht aber nicht. Dann, Moment, hier unten war noch ein Feuerlöschen auf. Vielleicht komm ich ja mit dem noch bis da oben. Wer weiß. Äh, wo habe ich den jetzt gerade? Achso, der ist schon wieder zurück. Der RTW. Okay. So, nimmst du denn meine Trage holen? Und du bist auch noch so blöd in der Gegend kommt. Da brauche ich ja gar keine Trage. So. Und, ich werde jetzt mal schauen. Kommst du bis hier oben mit deinem Schlauch? So, Feuerlöschermann, komm mal hoch. Du bist. Okay. Reicht anscheinend nicht so weit, der Schlauch. Hier geht man da hinten in der Ecke noch löschen. So. Die Wohnung haben wir schon mal. Nein, geht mal da hinten löschen. Ja, gut. Meinetwegen dann auch erst hier. So. Jetzt gehst du immer da rüber. So. Typ im Krankenwagen. Sehr gut. Ab nach Hause. Und dann haben wir hier jetzt auch gleich die letzten Feuer. Jawohl. Geschafft. Juhu. So, was mache ich jetzt? Wo ich doch tatsächlich alle Einsätze anscheinend durchgespielt habe. Hm. Gute Frage. Gute Frage. Will ich hier noch ein bisschen weiterspielen? Hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ein oder zwei Folgen können wir hier noch machen. Das Spiel ist ja trotz seiner Macken eigentlich ganz cool und nett. Und macht mir auch einigermaßen Spaß. Also doch. Ein, zwei Folgen. Rescue 2013 werden hier noch folgen. Ähm. Ja. Haha. Doppelt gemoppelt. Egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zaunfall. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.